Hallo und willkommen zurück zu Otherworld um des Sommers. Ähm, ich hoffe diesmal läuft's besser als beim letzten Mal, oh Gott. Was haben wir denn alles? Wir haben ne Hake, wir haben Federn. Was sind wir denn? Wir können da rein. Wir haben eine Hake. Ein Vogel. Noch ein Vogel. Ein Feuerzug. Wundervoll. Wir können jetzt also Pyromanisch spielen. Lichtquelle. War hier nicht irgendwo ne Lampe oder so? Hier, guck mal. Feuerzeug. Ölkanne? Wirklich? Feuer? Ohne Docht. Faden? Wirklich? Mensch! Schleifst du? Kann ich etwas scharf schleifen? Ich... Kann ich die Laterne da reinwerfen einfach? Aha! Okay. Jetzt ist der Schatten da weg. Jetzt kann ich da die Federn einsetzen. Was mich ein bisschen verwirrt. Was ist das da? Seite nehmen. Fiona ist verschwunden. Die Vogelscheuche riet mir unterzutauchen, damit der Schatten mich nicht findet. Ich muss schleunigst mehr über den Ursprung des Schattens herausfinden. Auf diese Weise werde ich Fiona retten können. Aha! Aber hier gibt's das mit diesen Elfen nicht, ne? Was ist das? Achso. Laterne da rein? Achso, ich hab den Arm der Vogelscheuche, hab ich gar nicht realisiert. Ähm... Vielleicht... Nimmt das Vieh ja jetzt... Hier ist ein Arm. Und eine Hake? Was? Ordne die Bilder richtig an, um die Vogelscheuche wieder herzustellen. Ähm... Sind das die Ergebnisse? Nee. Vielleicht... Ha! Ja, gut. Okay. Also, äh... Kuh und Ochse? Kuh und Ochse? Kuh und Bulle? Whatever. Ha! Also, äh... Vielleicht... Samen... Und... Gießen? Oder das da? Nein. Okay, also Bäume... Und Axt... Achso, das sind Augen. Achso, das ist auch noch relevant, in welcher Reihenfolge man das macht. Na klar. Super, wir haben eine Vogelscheuche. Hi. Finally, I am free. Hello, Fiona. And... Who is this? A friend? You must have many questions. But first, we must defeat the enemy at hand. Yeah. The Shade and the Crow attacked the school, looking for those who wielded magic. They had to shut this place down. It was terrible. I could not stop the Shade. He was too powerful for me. But the Crow is just a flunky. We can defeat him. We must find him before he finds dear Miss Thomas. Let's go. Er sagt, ich kann sie besiegen. Und da steht... Nein, da stand... Er hat gesagt, wir können sie besiegen. Und da stand aber, sie kann ich besiegen. Das ist ein bisschen so... Hm... Warte noch. Auf sie! Nee! Das Hydra. Antiquitäten-Sammler. Mhm. Äh... Sampe? So you've defeated the Crow. No matter. My minions will find and capture each one of you, including Miss Thomas. And I will take your magic as my own. Na dann, mach ma. It's good that the Crow didn't find anything. Miss Thomas left something that can be used to open a portal to her home. Which she has hidden through magic. Mhm. We may find what we're looking for in that safe. And now that we've seen all the areas in school, you can use the map to revisit them anytime. Hahahaha! Tchuldigung. Aber ich verstecke etwas. Ich verstecke etwas. Ich möchte es noch mal sagen. Nein, ich muss noch ein drittes mal sagen. Ich verstecke etwas, damit es NICHT gefunden wird. Wo verstecke ich es im Safe? Ein Traum. Die Ranken sind zu dick, um sie zu verschieben. Fehlt bestimmt was. Ein antiker Tresor, der mechanisch und nicht elektronisch öffnet wird. Okay. Entschuldigung. Ich weiß, ich sollte nicht lachen, aber es ist lächerlich. Das blöde Wimmelbild will ich nicht mal denken. Warte mal, kann ich den Stift nehmen? Ach ne, das ändert sich dann nur und so dann. Okay. Ähm, hier ist noch irgendwas. Ah, guck mal, hier kann ich Wasser mitnehmen. Äh, ich habe, ähm, Wasser. Ich habe Wasser. Ach so, kann ich die wegspülen? Anscheinend. Aber Mensch, gut, dass hier ein Schleifstern rumfliegt. Ich muss auch nur eine Seite der Schere schleifen. Dann ist das alles in Ordnung. Es fühlt mir leid, dass ich mich so ein bisschen drüber lustig mache, aber ich muss echt sagen, dass mir der Teil deutlich schlechter gefällt. Also, der da vor war irgendwie voll cool und der hier ist so okay. Und einfach im richtigen Moment abpassen oder wie? Wow. Wow. Einfach wow. Wow. Okay, also. Der Code ist... SHA-N-T-O-L-O Nein. Kann ich zurück? T-O-L-O Oh, Alter, Alter. Ich schwitze. Ich schwitze vor Anstrengung. Oh, jetzt ist es schwieriger. Raten, ne? Brauche ich das nochmal? Nein. Das ist richtig. Das ist nicht richtig. Und den brauche ich auch nicht mehr. Also, den brauche ich nicht und den brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Den brauche ich ganz zum Schluss. Also, die Mitte zum Schluss. Den als drittes. Okay. Boah. Boah, Alter. Boah, Alter. Ich habe ein Foto. Das muss es sein. Ich sollte es der Vogelscheuche zeigen. Ein verzaubertes Foto. Boah, aber du musst noch mindestens eine Sache hinzufügen. Oh, das macht sich mit der Maus super. Oh, das macht sich mit der Maus super. Ich. Ich kann aber jetzt auch nicht zurück, okay. Das kann ich mit einem Hilfsmittel entfernen, okay. Das Blaue da, was auch immer es ist. Das Blaue.